hallo leute und willkommen zur nächsten folge von minicraft in der games mit dem premium torben dem premium tobi und dem nicht premium floby also langsam ist es echt langweilig tobi besonders weil ich zu diesem zeitpunkt längst premium haben werde die folge raus ist also und daher naja bezweifeln wir nicht mein wenn ich fünf jahre warten konnte dann kann ich auch noch fünf jahre fünf jahre wie lange spielst du schon minecraft jungen wie lange spielst du schon auf dem gommenserver minecraft genau das stimmt sogar noch auf dem gommenserver den gibt es noch nicht mal fünf jahre selbst minecraft gibt es noch nicht mal fünf jahre nein torben meine kiste wäre ich mir nicht so sichern mit der beta und allem mit der beta und alpha zu 10 oder 2011 2011 ist die richtige version rausgekommen und davor gab es halt noch beta oder dieses minecraft classic ja aber das spielt man ja nicht das haben wir ja noch nicht gespielt doch wir haben ja eine alpha schon angefangen ja weißt du was die alpha ist von 2010 oder 2011 ist die richtige werden wir haben ja das ist die alpha flohne beta ist die testversion deswegen habe ich auch noch gefragt ob er weiß was die beta ich bin nur um zwei bäume rum und machen ist brutwood planks weil ich cool bin und es drauf habe wie sonst so ein typ ich will auch noch schnell das machen wo ersten kill das heftiger ist sollte ich habe auch schon ein wenn ich jetzt hätte ich auch die wollte ich nicht verkaufen kommen wir sind alle gleich heftig ist auch so ich bin heftiger weil ich auf nehme ja und ich bin cool oder so für mich jetzt prinzipiell ganz cool besonders weil ich etwas ganz bestimmtes bin nein für mich geht es mir auch auf den sack floh vor allem weil sie mich stört sie ja noch nicht mal dass ich einträglich prämium wird aber ja ja und wenn ich spaß dran habe ich bin das ne also bitte nicht ach hinter dir ist einer also bitte nicht auch hinter dir hier sind ja voll viele ja ich habe gerade keinen bock auf euch floh ich muss mir erst was zu essen weil wir haben ja gelernt essen ist das grundbedürfnis was jeder mensch besitzt torben was mit anerkennung und allem ja und versicherung ist ja kein grundbedürfnis und das ist nicht noch der bp der uns einfach den namen geklaut hat und deswegen muss ich noch hinter mir ist ein team her muss ich zuerst natürlich ich kann dich abholen wenn du willst das team habe ich das team habe ich zerstört haben ich habe den gekillt den dritten noch einer auf dem weg göttlich seid göttlich das weiß dass ich gott bin weiß auch dass ich könnte es ist ein känguru es sind sogar zwei das ist ja umso größer erst mal hier tauschen gegönnt und ich wurde getauscht nur seit tobi halter bitte frieden freude eierkuchen danke für die diest du noch liegen lassen hast dann entschuldigung dass ich mitten im kampf war kann ich mir nämlich jetzt einen schönen dia her machen danke danke das dafür so was wir lernen jetzt doch nehmen nein bitte dass mich denn das meiner ist weg ich hatte so weil solche sagen warum ich hab halt ich mache ich habe ja auch eher den hot hier für die 1 weil ich mein schwert immer auf der 1 ist aber hier ist immer mein kompass auf der 1 das habe ich sagt deswegen habe ich ja genau jetzt habe ich auch mein kompass auf habe ich nämlich auch mal beim tobi gesehen und hab mir verstanden wieso weil mir das immer zu viel arbeit ist ja ja genau mir auch eigentlich aber macht jetzt doch am ende mehr sinn und schieß torben geklopft ja ich komme sofort war das jetzt das war nicht zu euch alter das ist ein non premier das kann ja keiner von uns sagen ich mag mich ich mag mich ich jetzt nicht drücken kann ich mal aufhören immer dich zu tracken ja ich tricke dich jetzt auch wieder heißt vielleicht den floh hast du vielleicht ein bisschen eisen nötig oder so ja welches überbringen kommst du moment einmal ganz kurz ich reine zu torben ich wurde getauscht das ist der floh ich potte mich mal weg leute noch und kümmer den letzten tschüss nein ich trecke noch immer ich trecke in den trecker warum das war nicht klug oder ist einer da ist das denn nicht auch das ist fast ein pfeil auf die kommen ja komm her wir müssen weit von torben weg schnell und hat man torben oder gehört hallo oder nein hat man das ich weiß nicht ob man es gehört hat aber ich habe es gehört ich bleib mal in meiner näher ich wurde ich habe getauscht da kommen wieder zu mir ich wird getauscht ich bin ja 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 kein problem ich habe ich glaube ich habe mich zu schießen ja ich habe mich zu schießen ja ich habe mich zu schießen das war ein versuch auf das känguru zu schießen was äh ach wir leben nur noch mit dem einen ach so ja dann brauche ich aber nicht kompliziert herumrennen ja ich habe immer euch getrackt deswegen man und ich werde das verlieren ich werde das gewinnen dann hätte ich endlich dings ja ich lasse dich einfach gewinnen das ist freundlich weil ich werde eh gegen toby weil natürlich jetzt klug zwei level dafür auszugeben herzlich mal wieder gelohnt Flo hier hm was denn oh du hast mein bildschwert bekommen herzlichen Glückwunsch na und äh wann kommt das raus 21.24. Folge soll das sein ne was fragt dich denn das ist ja wohl komplett egal oder ja ich wollte mich noch werbung machen und er geht 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 wie ein flieger ist so stark 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 wie ein lecker ist so groß 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 wie eine giraffel so oh und er fliegt 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 wie ein scheiß känguru und er fliegt fliegt wirft eine endabgalle ne wieso hast du ne geschrieben äh weil er wegkrankt äh also typische stopf war keine Ruhe haua ich wurde mit jetzt nicht mein 34a getauscht da ist ja einer ne ist er jetzt anders für viele wer jetzt wurde ich mit jona getauscht toby der ist direkt bei dir ja ich war es ich war zu ihm ich brauche mich weg tschüss tschüss ich hab keinen Bock mehr Alter Flo du kriegst ihn komm schon oder auch nicht boah doch hä du kriegst ihn nicht halt der haut ab weil er mich gesehen hat weil er mich sieht er weiß äh das war ich nicht und meiner man jetzt hab ich meine ganzen feile an ihm verbraucht ich mit meiner kill aura war das hab ich nur schieß mit dem reich ich hab auch keine feile leider bis jetzt das ist mein nachteil bleib mal ne nur nicht töten meine frage hört jemand holz ähm ach das ist ein thrusting tape sonst wäre das leider zu oh der steht dann im thrusting tape ja lass ihn kurz doch bau dir meine feile das ist lustiger wird mit ihm getauscht ne 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 ist der weg wir machen doch kein team ja ich würde mit dem getauscht wie gesagt ja eben wir greifen es noch nicht an ich weiß zu nicht was der Unterschied ist naja voll ach ich kann eine dia schaufel craften ich bau den jetzt hier im sand der Falle dann brauch ich euch aber kommt mal bitte zu mir du kannst hier eine dia schaufel craften ja das ist natürlich ein Fall seine dia schaufel zu verschwenden das ist echt frech weil ich kein dia nicht hey komm mal her oh das ist ein bisschen blick komm mal her ich heb dir jetzt was aus nehm schon mal ein zwei von euch rein obwohl ne wenn ich dann getauscht wird ist auch scheiße lol ich hab erstmal aqua infinite hier auf meinem helm leute ihr müsst einfach hier bleiben sag wenn ihr getauscht werdet wo seid ihr steht ihr hier ne ich nicht na komm mal zu mir ich bin am Arsch der Welt alter leute fang mal mit an auszuheben mach ich sofort oh ich durfte den Jonas getauscht oh dann töd ich den einfach ne der läuft weg ton ich weiß es nicht auf dieser insel mit dem crafting table wo der ist das ist natürlich nicht so praktisch ich dachte ich hätte das nicht mehr an mir ach ne ihr seid das ihr beide mach ich mir lass euch das ausheben so ne kleine arena joff ja lass mich eben ganz kurz da hinten an die kiste gehen oh geil alter ich fern wir da drinnen gleich auch kämpfen äh mich sehen sogar aber er war wieder weg ja und YOLO Mann ey ich hab voll verzaubert aber nur Eisenbrüste ok probiert auch nicht mehr aber der ist scheiß Tier sogar das ist auch eine ganz gute Idee Flo was ist so ne Idee kann man durchsetzen Spawnmonster Spawnmonster ich weiß es nicht war das eigentlich schon mal je nachher als ich gespielt habe ne ich glaub so lange hat bei Wären da gibt es noch nie getaut aber leute vielleicht hau ich hier einen Zeitreffer rein ne ihr könnt mal mit helfen ne ich hau ja eh keinen Zeitreffer rein aber egal lief ah ich wird mit Tauben getauscht ich bin zunächst ich hab probiert Leute übrigens Nachrichten der Aktie oh ich wurde mit dem getauscht ja der ist mittlerweile auch gar nicht schlecht geküppt ja das ist gar nicht so leicht der ist Kangoo der kann doch immer wieder aus dieser scheiß Arena raushüpfen ja nee deswegen müssen wir die hier tiefer machen ja mach ich ich brauche mir jetzt eine Schaufel danke ich brauche hier schon mal tiefer ich kann mir aber nur an Eisenbrüste machen dass er sollte reichen auf der Ebene wo ich bin Alter ich hab erstmal rum ja sag mir wenn er hier runter springt er kommt wie für Tobi er kommt ja ja hab hier trotzdem wo ist er denn er gibt's nicht wieder weg ja komm komm willst du ihn dir gönnen ne du darfst mir mit helfen ach so ich dachte du gönnst sie dir jetzt ne und Flog kommst jetzt und verlässt zu uns ja oh ich wurde schon getauscht klug mach eins versus eins wir haben nur nicht nach Witz ach oh hey Junge komm hey Junge what the fuck ja komm wir lassen ihn wir machen jetzt so ne Arena äh da Tom lass ihn bitte ne Arena dann macht ihr beide eins versus eins und wir ok ne das find ich nicht in Ordnung ja weil ich einfach voll im Nachschall bin der würde ich da ja einfach von hinten abstaun ja dann deck dich höchstens ein ja dann bin ich ja dann bin ich voll asozial er ist doch so aua mann da wollte ich grad raus ich muss hier noch raus ich kann ja nicht raus ja 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 komm runter ey Leute er flog genau ne komm dann äh wir beide äh beide ja da bin ich jetzt mal gespannt darf ich dich unterstützen darf ich dich unterstützen indem ich den äh einen Pfeil versetze gleich er kriegt uns alle aus ah ja gott einer warte ich versuch den zu das ist der Tor ich weiß ich wollte nur sackgesicht ein wo ist der roll so komm soll ich ihn töten komm wir verstecken uns ja töte ihn jetzt mann Moment Moment ich hab' nicht erwischt er er wird wieder weg nein er kommt er will kämpfen er will kämpfen er will kämpfen ne also wenn er jetzt gleich hier ist ne natürlich aber vorsicht ne ich bin Zielsucher Leute also passt von mir auf ich wurde getauscht ich wurde getauscht das ist gut töte ihn wo ist der er ist wieder draus ja ich hab ihn nicht gesehen und du bist mir nicht tief genug er kommt zurück er kommt zurück er kommt zurück ok wollen wir nicht raus Tobi kämpft Tobi kämpft ich versuch' ich hab' den Bachstützen Tobi nicht da nicht nein ich hab' den Bachstützen die weg braucht man nicht Spitz eine andere Spitzes die weckt mich das ja ich komm' ja ähnlich hinterher and everything falls in Tobi oh ich das bringt mich sehr ja ich wollte Spitzhackern machen das wie tief muss das ungefähr sein weißt du das juck oh ich hab' meinen ersten Dier aber ich hab' ja noch ein Dierschwert ähm ich schätze noch zwei tiefer ungefähr Loco hilfst du mir? ne ich muss noch Kisten lücken oh da sind feiler, danke lieber Gott ich würde ja gerne helfen aber ich hab' keinen Spitzhackern wie fair ab denn jetzt wir stellen uns hier rein und töten mir nicht wurde getauscht ja er ist einfach 200 Blöcke weggerannt gg um äh er ist bei mir, er ist bei mir ja ich weiß hab' ich doch gesagt du sollst ihn töten wenn du möchtest äh ne ist doch nicht äh jetzt will er raus ja jetzt macht er wieder Frieden wir wollten Frieden machen oh aber wir leckten sich warte so dann haue ich den ihm weg bau die arena trotzdem noch mal kurz tiefer dass du wirklich nicht aufbaut komm das schaffst du ne ja ja ach nice ja der ging mir jetzt auf den Sack ey du wolltest ja nett sorry wollt ihr beide zuerst? ähm ich bin dafür dass wir einfach ne ich würde ihr beide ihr habt ja oder wir machen einfach 3er ja ich bin dafür 3er an der Oberfläche ja gut dann komm aber keiner läuft weit weg ok ok gut ciao blöd ja dann bei uns dein Ernst das ist dann wohl nicht mehr meine Sache aua oh ne jetzt hab ich 3 Dias ich baue mir noch eben schnell Schuhe und verzauber dir ja lass ihn ja ja mach der kann eh nichts ich bin am schlechtesten ausgerüstet ja du bist so groß die musste meiner Mutter noch ja ok Flori beeil dich ja so alle in Reichweite Ich seh da hinten Flo, Torben ist hinterm Berg. Unterm Berg bin ich. Ich hab mich eingebaut. Ich hoffe Flo wird mit mir getauscht. Hat irgendwer Tränke? Das muss er gerichtlich ankündigen. Ja, genau. Mann, Alter, jetzt kommen wir legen los. 3, 2, 1, go, go, go. Okay, dann würde ich mal sagen... Hä? Hä? Seh ich Flo? Ah ne, ich seh Flo nicht. Du seh Flo nicht. Nein! Lol, ich seh dich nicht, Tobi. Hä? Hä, wo ist Tobi denn? Ich hab Tobi getroffen, aber ich seh ihn nicht. Nein, das ist Flo. Tobi ist auch hier. Tobi ist auch hier. Ja, ich bin hinter dir. Hi. Tobi hat mich getroffen. Ne, ich hab Tobi. Ne, ich hab dich getroffen. Okay. Ähm, achso, ich hab übrigens Tränke, dann musste ich gerichtlich ankündigen. Ja, ich auch. Achso, ich hab auch getroffen. Was hast du so getroffen? Ja, das kündige ich nicht an. Reinst du völlig ein Gifttrank? Nein. Ich bin strikt gegen Giftdrecke. Au, er trifft mich. Au, er agat mich. Au. Au. Also, ich war das nicht. Stopp, Kistenloot. Ja, bestimmt. Aua. Das musst du auch erst im Vorhinein gerichtlich ankündigen, dass du während des Battles Kisten lootest. Hä? Das kann ja jeder machen. Das ist ja seine Verantwortung. Ne, das muss man ankündigen, Torben. Ja, bestimmt. Das geht doch nicht. Flo hat sich einen scheiß Regenerationsrank reingezogen. Das Opfer, Alter. Ah, war ganz schön klappt, du. Hättest du mich fast von der Seite gesehen? Hast du mich gesehen oder hast du auf den Tracker geschaut? Ich hab dich im letzten Moment gesehen. Oh nein, Alter, jetzt hätt ich dich einmal schlafen können. Ja, das wär die Chance. Und was, wenn ich jetzt... Lol. Ich wollte mich gerade umdrehen, um dich mal zu retten. Oh nein! Nein! Ich bin dumm, stopp, ich war in der Tat. Okay. Und weiter. Weiter, noch weiter, noch weiter. Oh fuck, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Scheiße. Man sollte mal auf den Kompass gucken. Verrecke! Oh, die fliegt... Scheiße. Alter! Oh, Highflow. Vor dir ist Torben, der ist ein bisschen angehittet. Ein bisschen. Er hat ungefähr unter 50% Leben. Nein, hab ich nicht mehr. Hättest du mir grad nach? Ich hatte nie den Buff. Außer, als du dich mit der Enderpelle ge... Äh, ge... Oh Mann, Tobit, ist doch witzlos, ich muss essen. Lässt du mich essen? Klar. Alter, ich hab wieder... Ich lass aber jetzt keinen mehr von euch leben, Alter. Wahrscheinlich sterbe ich am Ende von Torben. Ja, aber ich esse noch einmal, ja. Was ist denn passiert? Nee, hättest du nicht. Hey Tobi... Lass mich... Alter, ich porto mich gleich mit ner Enderperle weg. Ja, mach doch. Dann komm ich hinterher. Ich hab mich ins Inventar geholt, das war ein Problem. Ist das dein Ernst? Hä, wo seid ihr denn jetzt? Ich verfolg' gerade Flo. Ey, da ist man eine... Lässt man euch mal 10 Sekunden allein und schon seid ihr am anderen Ende der Welt. Nachladen, Flo, das zählte nicht. Wen trackst du, Torben? Äh, ähm... Oh. Hey, zwischen euch, das ist doof. Da ist Tobi, Tobi, lass mich. Aua! Ach, jetzt bettelt euch! Ich muss jetzt erst auf Flo gehen, tut mir leid. Ey, Alter, was seid ihr denn? Ich lauf' euch einfach hinterher. Ja, du kämpfst ja nie gegen mich. Ja, genau. Gegen einen Zielsucher soll ich alle meine Kräfte verbrauchen und wenn... Äh, Pfeile aussammeln finde ich ein bisschen unfair, Tobi. Das ist gegen die Regeln. Ja, ich hab' nur noch 50. Ja, dann verpiss dich hier. Ach ja, und nen ganzen Stack noch dazu. Deswegen das ist ein bisschen wenig, find' ich. Ähm, ich hab' nur noch 400. Aber ich find's nicht okay, in der Mitte zu sein, weil dann... Wenn man mal auf eine Seite nicht aufpasst... Ich muss direkt einmal erstmal Inventar sortieren, ne? So muss das Torben richtig so... Absolut richtig, absolut, ja. Super, Torben, machst du toll. Findest du das gut, Flo? Hä? Meinst du echt, du triffst mich mehr? Ja. Weil da von der Seite der Torben kommt? Von hinten? Oh Mann, ich hab' lustig! Wieso gehst du denn nicht auf Tobi? Den kriegst du nicht so leicht. Ey, weil Tobi ja hingeguckt hat. Den kriegst du aber nicht so leicht wie mich. Du gehst ja die ganze Zeit schreien. Ne, mach' ich ja gar nicht. Ne, machen wir wirklich nicht. Guck' ich geh' jetzt, Aua. Genauso wie dich wie auf Tobi. Äh, verfügst du mich gerade? Alter, ehrlich? Äh, meine Crip-Vorteil ist ein bisschen unlustig, finde ich. Ja, Alter, keine Ahnung. Weil ich krieg' einfach kein Leben abgezogen, ist das Problem. Ehrlich? Ja, wirklich nicht. Äh, selbst davon hab' ich jetzt anderthalb Leben abgezogen bekommen. Oh. Na, da hat der Torben aber verworfen. Glaube ich dir nicht. Tränke macht gehen nämlich durch Rüstung durch Lappen. Ja, trotzdem hab' ich anderthalb jetzt nur abrüft. Warum bist du so schnell? Hey. Oh, Mann! Wie ist denn jetzt das los? Lass mich doch den Kampf mal machen. Flo, ich hab' echt nur anderthalb Leben verloren. Ich wollte nur meine Tränke zurecht so... Tobi. Oh, hallo. Äh, stopp. Bin auf K. Ja. Ey, jetzt ist die ganze Zeit schon hinten auf mich gegangen, ey. Hä, was für ne Chance. Ich war nicht aufkommen. Ja, du. Ich meine, war ich dich so... Hey, ja, ich wollte meinen... Ich wollte noch die Dia-Schuhe bekommen. Stopp, greif ihn an. Alles andere wär' jetzt richtig fies. Aua. Jetzt hast du... Jetzt hab' ich wieder den Buff, weißt du? Das ist so richtig... Oh. Tschüss. Moment, ich komm dir mal kurz hinterher, Tobi. Ah, jetzt heilt der sich, ey. Ich hab' keine Heilungstränke, glaub' ich. Ach doch, guck mal. So, ich musste kurz meine Inventar sortieren. Plus noch sieben Dia's, das ist ja gechillt. Alter, da wo ist... What the fuck war das so schwer? Ja, Torben, Torben, greif doch an. Du bist doch gut equipped. What the fuck sah das keiner aus? Hast du gesehen? Das war richtig technisch. Aua. Hä? Warum, warum, warum spendet meiner nicht? Aua. Warum? Maaan. Wohl! Nee! Du kommers geschlagen. Aua. Schlecht geworfen. Ja, ich dachte, der rennt mir hinterher. LOL. Ehrlich? Ich dachte jetzt, ich hätte mich sogar selbst getroffen. Ja, habt ihr auch. Ähm. Achso, ich dachte. Torben hat sich mit seinem eigenen Pfeil auf jeden Fall getroffen. Bei Tobi hab ich nicht geguckt. LOL. Oh, da hab ich den Beruf. Und tschüss. Hehehe. 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 Hey, ich hab einfach, ich hab einfach viel zu defensiv gespielt. Ich hätte einfach direkt aufgehängt. Hehehe. So, äh, Torben vor allem hätte sich zuerst auf Tobi geschlagen. Socke, Leute. Hä? Ich bin echt aufwurrich beide gegangen, aber das Problem war. Ja, ich auch. Aber man muss ja mit Tactics arbeiten. Am Ende hab ich einfach viel zu defensiv gespielt, wär ich einfach mal direkt rauf gegangen. Toi, wie war gibst du dem Tobi ne Schwunx? Hallo bist du droht? Hat er ja nicht. Äh, ja. Ich hätt mich immer eilen können. Der hat gewartet. Ja, aber Tobi, da, ich hätte, ich hab dich ja, hätte ich ja zweimal noch abschießen müssen, dann wärst du tot. Naja, es geht so, ne? Ich hatte einen Power 2 Boden. Woher das denn? Äh, ich hab verzaubert mit Level 1 und dann kam Power 2 raus. LOL. Das ist Lack. Ja, das ist echt Lack. Du hast mir echt viele Leben abgezogen. Aber ich hatte noch 3 plus 9 Heiltränke, also von der... Jaja, dann beende mal kurz die Folge, bitte. Okay, Leute, ich beende die Folge. Hehehe. Okay, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch diese Arena-Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hau da rein, Leute. Und tschüss. Ähm...